Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 26. Mai. Das war das einzige, was ich mir nicht rausgeschrieben habe. Ach, der 26. Mai. 2019. Neben mir sitzt immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Geht schon gut los. Maximale Verwirrung. Normalerweise habe ich immer einen Blick auf meine Uhr geworfen, die mir immer sofort gezeigt hat, welches Datum es hat. Aber ich habe ja jetzt eine andere Uhr. Die zeigt jetzt deine Schrittanzahl. Ja, das ist je nachdem, was ich halt haben will. Und jetzt hat es mir halt gerade nicht angezeigt. Alles gut. Aber heute ist der 26. Heute ist Europawahl. Und da wir schon wählen waren, also zumindest brieflich, können wir es uns leisten, heute zu Hause zu bleiben. Genau. Ganz gemütlich. Und eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ja, und was haben wir geguckt? John Wick. Kapitel 3. Parabellum. Parabellum. Genau. Wir beide sind ja jetzt, naja, also uns als Fans diese Reihe zu bezeichnen, wäre, glaube ich, maßlos übertrieben. Ja, maßlos. Ja, also gut gemachte Action mögen wir schon, aber es ist jetzt nicht unser Lieblingsgenre. Also so würde ich das Ganze auch mal ein bisschen erklären, weil, ja, weil wir schauen ja lieber, Thriller schauen wir ganz gerne, Science-Fiction mögen wir, Fantasy. Ja, ich mag Dramen sehr gern. Bei dir ist das dann immer so, Drama. Ja, Drama muss man halt in Stimmung sein dafür. Ja, das stimmt. Und Kostümfilme, das mag ich dann wieder. Muss man auch in Stimmung sein. Dramatische Kostümfilme am besten. Ja, bei John Wick ist es halt so, das ist so ein typischer Vertreter der Gattung Style over Substance. Und das mögen wir zwar bisweilen auch, aber halt nicht immer. Ja, und sagen wir mal so, es ist, wenn so viel, also wenn ein Film halt optisch opulent oder beeindruckend daherkommt, dann muss der halt wirklich abliefern und zwar ständig und pausenlos, um uns da die Story vergessen zu lassen. Ja, also um es mal kurz zu sagen, so ein bisschen Substanz darf es schon haben. Ja, aber es kommt immer darauf an, was der Film sein will. Ja, der will, ja, den Anspruch hat er ja nicht. Ja, ich habe da mal ein paar Fakten zusammengetragen zu der bisherigen John Wick-Reihe. Und los ging das Ganze ja bereits 2014. Und zwar hat da ein gewisser Chad Stahelski und ein David Leitz oder Leitz haben Regie geführt beim ersten Teil von John Wick. Dieser David Leitz oder also L-E-I-T-C-H schreibt man den oder Leitch, Leitch könnte man den auch schreiben. Der wird aber nicht in den Credits genannt, weil aufgrund irgendwelcher Verträge mit der Directors Guild of America durfte oder konnte der da nicht genannt werden. Der hat aber mit Regie geführt. Und weißt du, rat mal, woher sich dieser Chad Stahelski, David Leitz und Keanu Reeves kennen? Ja, wahrscheinlich von Matrix. Ja, genau. Weil der Chad Stahelski war nämlich früher Stuntman. Genau. Ja. Die beide waren Stuntman und haben sich quasi bei den Dreharbeiten zur Matrix-Trilogie kennengelernt. Mhm. Und haben dann eben zusammen 2014 diesen Film gemacht. Dieser David Leitz hat zwar keinen Credit bekommen für seine Regie bei John Wick, hat aber danach zwei Filme gemacht, die ihr und wir natürlich auch kennen. Und zwar zum einen Atomic Blonde 2017 und Deadpool 2. Oh mein Gott. Das war der zweite Mann quasi bei John Wick. Okay. Ja, deswegen, weil ich, wo du den zweiten Namen jetzt da genannt hast und ich gucke jetzt hier so in meinen Notizen und denke so, verdammt, der taucht da jetzt gar nicht auf. Ja, genau. Der ist da nämlich schon ein bisschen untergegangen. Aber der war, beim zweiten Teil hättet ihr im Übrigen auch mitmachen sollen als Regisseur, auch offiziell diesmal. Aber da gab es dann Terminkonflikte, wahrscheinlich mit Atomic Blonde. Weil der kam ja dann im selben Jahr raus. Ja, aber was, der erste Teil, der ging noch schlanke 101 Minuten. Das ist richtig. Hatte ein Budget von ungefähr 30 Millionen und hat am Boxoffice immerhin knapp das Dreifache eingespielt, also 90 Millionen, was sehr respektabel ist. Auf jeden Fall. Und demnach, obwohl Lionsgate ja immer behauptet hat, das wäre von Anfang an als Franchise angelegt gewesen, oder das glaube ich denen sogar mal, haben sie dann halt 2017, also drei Jahre später, schon den Nachfolger hinterher geschoben, das Kapitel 2 in der John Wick-Reihe. Ja, John Wick 1 hatte immerhin auch heute noch ein Rating von 86 Prozent auf Rotten Tomatoes. John Wick Kapitel 2 kam dann 2017, hatte immerhin schon eine Laufzeit von 122 Minuten, ein Budget von 40 Millionen und von dem hat er bis dato, muss man ja immer sagen, 172 Millionen eingespielt. Also es ging schon mal deutlich nach oben, 89 Prozent auf Rotten Tomatoes. Ja, und John Wick 3, da würde ich jetzt keine Fakten vorweggreifen, da hast du ja du recherchiert, aber das Budget habe ich mir nochmal rausgeschrieben, der hatte 55 Millionen Budget, also es wurde immer ein bisschen mehr und hat bislang, und er läuft ja noch nicht so lange, 120 Millionen eingespielt, weswegen ich davon ausgehe, dass er seine Vorgänger auch wieder übertreffen wird. Absolut, ja, vor allem, ja, ich meine, Avengers Endgame war ja jetzt natürlich etliche Wochen in Amerika auf Platz 1 und John Wick 3 hat den Film dann abgelöst. Runtergeschubst. Genau, runtergeschubst vom Thron. Also jetzt nicht im Gesamteinspielergebnis, ich glaube, Endgame ist mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das schafft keiner. Titanic, Titanic runtergeschubst vom Thron. Ja, das war ein Moment für Sektkorken. Ja, war schon beeindruckend. Und ja, aber insgesamt jetzt quasi in der aktuellen Boxoffice an den Kinokassen ist er an Platz 1. Nicht im Gesamteinspiel, sondern im aktuellen. Nun denn, dann hast ja du noch ein paar Fakten zum Kapitel 3 rausgesucht, nehme ich an. Ja, und zwar, er hat wieder mal eine FSK 18, der erste Teil hatte ja eine 16, der zweite eine 18 und der dritte Teil hat jetzt auch wieder eine FSK 18. Er hat eine stolze Laufzeit von zwei Stunden und elf Minuten, die man aber gar nicht so merkt. Also ging mir auch so. Ich habe vorhin auch die Laufzeit gelesen und dachte mir so, höh, 131 Minuten, wo denn? Ja, also das war schon sehr kurz, also es war sehr kurzweilig. Was für den Film spricht. Absolut. Auf IMDB hat er eine Bewertung von 8,1, er hat einen 73 Meter Score und auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 89 Prozent. Genau, wie schon erwähnt. Genau, so viel wie der Vorgänger. Ja, wie alle drei, gell? Der erste hat 86, ja. Ja, das gibt es alles für die Richte. Wie du schon erwähnt hast, Regie führt der Chad Trahalski und er hat auch schon die anderen beiden John Wick-Teile gemacht. Und auch mir ist es in seiner Vita aufgefallen, dass der gute Mann früher Stuntman war. Und er hat sich jetzt vom Stuntman zum Stunt-Coordinator, zum Regieassistenten, zum Regisseur halt hochgearbeitet. Exekutive Producer ist er auch bei dem einen oder anderen Film. Und er hat wirklich eine, ja, den Mann würde man jetzt einstellen, weil der hat viel gemacht, zum Beispiel. Dann Drehbuch, da habe ich jetzt den Derek Colstead und jetzt in dem Falle hat noch Shea Hatton. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist, da steht nur Shea Hatton. Und es könnte jetzt, es hat von der, vom Aussehen hat es ein bisschen was von Brienne auf, von Tartt. Oder auch anhand des Fields konnte man es nicht sagen, meinst du? Nee, überhaupt nicht. Aber der David, wie heißt der? Der Derek Colstead. Der Derek Colstead, der hat ja vom ersten Teil an immer das Drehbuch geschrieben. John Wick 1 bis 3. Dann die Kamera, das ist der Daniel Launston, Lauston. Das ist ja ein komischer Name wieder. Lauston, ja. Lauston. Lauston, ja. Der hat Shape of Water, Scrimson Peak, Pack der Wölfe und so weiter und so fort. Also das ist auch schon ein sehr bekannter Kameramann, der hat ja auch für Shape of Water einen Preis bekommen. Genau. Dann Musik, die ich etwas abstrus zuweilen fand. Der hat aber, der gute Mann, der Taylor Bates, hat Guardians of the Galaxy gemacht. Ich weiß. Watchmen und Deadpool 2. Und Guardians hat ja schon so seine Signature, also seine Wiedererkennungswert. Das ist das, was ich sagen will. Aber da jetzt? Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist zum Teil sehr aufgesetzt. Ja, vor allem das ist diese typische Action-Mucke, wo es einen dann immer so ein bisschen kichern lässt. Weil das ist immer so ein Hauch von den 80ern, 90ern. Ja, so ein bisschen Metal angehaucht. Ja, wenn der Held dann so völlig blut- oder strömt nochmal zum Endkampf auf, sich aufrafft und dann kommt so die E-Gitarre so. Dann ist es immer so, mein Gott, wieso macht man solche Musik immer noch? Naja. Kommen wir zur Besetzung und zwar, ja, auch hier wieder Keanu Reeves spielt John Wick. Und was ich so ein bisschen krass fand, ist, wo ich dann mal auf sein Geburtsdatum geschaut habe und der gute Mann ist nämlich schon über 50 Jahre alt. Der wird, der altert auch nicht. Das ist wie Morgan Freeman, der wird nicht alt. Ja, das ist echt so krass. Der ist jetzt 55. Und also so wie er jetzt ausschaut, hätte ich gedacht, so ja, der ist jetzt so in unserem Alter, also 25. Genau, Mitte 20. Nun gut, aber auch hier, Keanu Reeves hat natürlich in etlichen, also ich meine, da hat ja einen die ganze Zeit mit begleitet. Ich meine, ich weiß noch, wo ich Dracula, ich glaube, fünf, sechs Mal im Kino gesehen habe. Ich meine, er ist ja wirklich kein begnadeter Schauspieler. Aber er hat mittlerweile, hat er sich einfach seinen Status erschauspielert oder, ja, in seinen Filmen. Wir haben uns ja neulich so eine Raumkommung angeguckt. Ja, Destination Wedding. Genau, mit ihm und der Winona Ryder. Ja. Er hat also den ganzen Film über zwei Gesichtsausdrücke zur Schau getragen und Winona Ryder 60 pro Minute. Ja, genau. Das war schon sehr. Emilia Clarke mäßig. Also, ja, aber man ist einfach Fan von ihm, weil er ist halt einfach eine coole Socke. Er ist der Auserwählte. Genau, er ist der Auserwählte. Er darf das. Ja, man kennt ihn natürlich von Matrix Speed. Konstantin mag ich ihn halt ganz arg. Dann spielt noch die Halle Berry mit und zwar die Sophia. Ja, und Halle Berry ist ja jetzt auch schon, ja, die ist auch so in dem Zeitalter angekommen. Die ist auch schon so um die 50, die gute Frau. Sieht man ja auch nicht an. Nee. Hat eine coole Rolle in dem Film. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Man kennt sie aus, ja, jetzt kommt's. X-Men, aber jetzt, was man ihr nie verzeihen darf, ist Catwoman. Das ist so furchtbar. Egal. Goldenein wäre, sag ich noch. Der Ian McShane spielt mit. Das ist der Winston. Der hat auch schon in den ersten beiden Teilen mitgemacht. Der ist bekannt aus Deadwood, die Serie, American Gods. Dann im aktuellen Hellboy hat er mitgespielt. Er ist auch ein sehr gefragter Synchronsprecher. Er hat bei etlichen Computerspielen auch mitgemacht. Ich glaube, Destiny und 1 und 2. Und dann hat er auch bei Kung Fu Panda spielt er eine Rolle. Bei Shrek spielt er eine Rolle. Eine Sprechrolle. Ja, genau. Er spielt eine Sprechrolle. Dann der Laurence Fishburne. Da sind sie auch wieder alle zusammen. Er spielt den Bowery King. Auch hier wieder Matrix. Mystic River, Ant-Man and the Wasp hat er auch mitgemacht. Passenger. Und wo ich ihn auch sehr mochte, ist Hannibal, die Serie. Zumindest bis zur dritten Staffel dann. Ja, als Jack Crawford. Den habe ich dann gleich erkannt. Und zwar der Marc Dacoskos. 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 Das ist ein A. Ich höre jetzt auf. Ich sage es jetzt nicht nochmal. Der spielt den Zero. Hat der jetzt überhaupt nie benannt worden. Gell? Ich dachte auch immer so, wann wurde der als Zero bezeichnet. Der Name steht auch nur im Drehbuch bei seinen Dialogen. Sonst steht er nirgendwo Zero. Der Katzenliebhaber. Egal. Ja, und zwar hat der bei Pack der Wölfe mitgespielt. Kanntest du den? Kennst du den? Ja, natürlich. Ah ja. Ich fand den damals schon, also habe ich im Kino gesehen, fand ich schon sehr gut. Dann spielt er bei Hawaii Five-O und vielen, vielen, vielen anderen Sachen. Wie er so zweite Riege-Darsteller eigentlich. Ja, ist er ja. So Marshall-Outs. Der gute Mann. Aber man kennt ihn. Genau. Dann die Richterin, die Asia K. Dillon. Kennt man aus Billions und Orange is the New Black. Und dann habe ich noch, ja, das ist der Manager des Hotels, der Lance Reddick, der Sharon. Auch hier wieder den ersten beiden John Wick teilen. Weil das Ganze spielt, wer die anderen John Wick-Teile kennt, das spielt ja auch wieder in dem Hotel mit. Und somit ist der natürlich auch wieder mit dabei. John Wick, White House Down Fringe, die Serie. Lost hat er auch mitgespielt. Und wo ich ihn am liebsten gesehen habe, ist The Wire. Stimmt. Genau. So. Dann habe ich mal aufgehört. Das war's. Genau. Das waren so die wichtigsten Hauptfiguren. Nun denn. Nun denn. Dann würde ich sagen, lese ich mal den Pressetext vor. Juhu. Auftragskiller und Sportwagen-Liebhaber John Wick macht sich bereit für den Krieg. Nach seinem Regelbruch in John Wick Kapitel 2 ist ein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Wick ist zum Abschluss freigegeben, was gnadenlose Kopfgeldjäger auf den Plan ruft. Er verlor zwar jegliche Privilegien der Geheimgesellschaft, hat als Ausgestoßener aber einen entscheidenden Vorteil. Es gibt keine Regeln. Uh. Das Gute daran ist, dass wir uns jetzt eigentlich komplett sparen können, irgendwie eine Inhaltsangabe zu machen, weil das ist es. Ja, das ist wirklich, ja. Style of a Substance. Auf den Punkt gebracht. Ja. Ja, wie war denn so, wie war denn so unsere Erwartungshaltung? Also, also ich fand den Trailer ja echt cool. Vor allem, ich meine, ich, das ist ja im Trailer schon drin, deswegen. Allein die Sequenzen mit Halle Berry und John Wick und den zwei Hunden, die man kurz sieht in dem Trailer, das ist schon halt so wow, geil. Hunde, die kämpfen, also Kampfhunde, also im besten Sinne. Ja. Das fand ich schon sehr cool und ja, dann war halt die Frage, schaut man sich das jetzt im Kino an oder nicht? Ich glaube, den ersten haben wir im Kino gesehen, den zweiten nicht. Mhm. Genau, und den dritten waren wir erstmal, wir haben es, glaube ich, letztes Mal auch angekündigt, dass wir ihn nicht anschauen, weil… Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf. Genau, das ist nämlich auch das Motto der heutigen Sendung. Hallo Mario. Um mal hier ein Zitat loszuwerden. Und dann haben wir gesagt, okay, nachdem er jetzt so gute Bewertungen gehabt hat und wir jetzt schon fast einen Monat wieder nicht im Kino waren und wir natürlich auch unsere Fangemeinde nicht verlieren wollen, haben wir gesagt, ey komm, scheiß drauf. Wir gucken uns den John Wick an und um nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen, die Erwartungshaltung war, ich meine, was soll man erwarten beim Actionfilm, dass ich Action bekomme? Vor allem bei einer Fortsetzung von zwei Teilen, von denen man eigentlich schon weiß, was man kriegt, glaube ich, ist das eine ziemlich sichere Bank, dass wenn man sein Vergnügen hat, also da müssten sie schon eine komplett andere Richtung eingeschlagen, was sie Spoiler-Alarm nicht getan haben. Da weiß man, was man kriegt. Genau so war es. More of the same, wie man so schön sagt. Und dann sind wir da rein. Ja, genau. Und dann sind wir wieder raus. Nach zwei Stunden. Nach 131 Minuten. Und ja. Und mein John Wick ist wie so ein Fastfood-Menü. Du gehst halt rein, du hast Spaß und du gehst raus und der Film ist eigentlich sofort wieder weg. Ja, das ist Wahnsinn. Also du steigst halt ins Auto und denkst so, mein Gott, wie soll man da jetzt wieder podcasten drüber? Kürzeste Episode aller Zeiten. Ja. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, da gibt es, wir können uns jetzt, über John Wick kann man nicht zwei Stunden lang philosophieren, weil da gibt es nicht zu philosophieren. Ich denke, es ist vor allen Dingen, man sollte vor allen Dingen, für alle, die, mein gut, die, die jetzt diesen Podcast hören, die haben da hoffentlich Teil 1 und 2 schon gesehen. Für diejenigen von euch, die diese Reihe nicht kennen sollten, muss man schon mal ganz klar vorausschicken, was euch da erwartet. Ja, das ist halt stumpfe, erstklassig choreografierte, fantastisch gefilmt, weil übersichtliche Action. Ja. Das ist wirklich einer der wenigen Action-Regisseure, bei denen man heutzutage noch den Überblick behält. Das muss man ihm wirklich, wirklich zugute halten. Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, das ist wie halt, wie immer in solchen Filme rein, die versuchen sich dann halt in der Choreografie, wie ausladend diese Szenen ausfallen, halt immer wieder zu übertreffen. Und da geht man nicht rein, weil einem das Schicksal dieses armen John Wick irgendwie interessiert. Ach doch, doch. Oder irgendeines anderen Darstellers, sondern man geht halt rein, weil man gut choreografierte Action sehen will. Und der Gewaltgrad, ich meine, ihr habt es ja schon in der FSK entnommen, ist hoch. Ja, wenn man sich an sowas stört, ist halt wirklich, wie soll ich jetzt sagen, das ist ein zynischer Grad von Gewalt einfach. Das ist so, wo wir uns… Nee, ich finde, es geht eigentlich noch. Also da hatte ich so bei Sicario, gerade beim zweiten Teil, da fand ich, da war der Zynismus diese, ja, ich meine, da wird auch aus anderen Gründen, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann. Es ist schon mit Gewalt, aber es ist, ja, nicht zu übertrieben. Also ich finde, es ist noch im Rahmen, wo ich dann, weil sonst würde ich es nicht angucken wollen, weil ich bin da kein Fan von. Ich glaube, das habe ich auch schon öfters erwähnt, wenn es mir dann zu… Nur, dass man das halt Blut spritzt und das ist es in dem Falle halt nicht. Also ich meine, es gibt sogar eine Szene, da kann man ja später nochmal drauf eingehen, da fängt man sogar an, dann zu lachen. Es wirklich dann, es wird lustig. Ja, es ist, ich habe irgendwo gelesen, dass John Wick mittlerweile mehr Leute umgebracht hat als Jason Voorhees und Michael Myers zusammen. Ja, es ist, man darf sich wirklich nicht daran stören, es ist, es ist nur nicht so in Blut triefen, sie haben das Gott sei Dank reduziert, aber John Wick hat nun mal einen Kampfstil, der beinhaltet, den Leuten aus kurzer Distanz in den Kopf zu schießen. Und das macht er halt am Laufen dem Band und wenn… Sicher ist sicher. Ja, also überhaupt so diese Einsatz von, oder die Kombination von Martial Arts, also von Kampfsport und seiner Schusswaffe. Das ist sowas, was mich fasziniert, also diese Choreografie anzugucken, aber es ist halt einfach komplett stumpfe Gewalt. Also da werden reihenweise Leute abgemurkst und teilweise in, ja, in minutenlangen Sequenzen, die zum Teil auch vollkommen ohne Schnitt auskommen, es ist beachtlich, ja, wie sie das gemacht haben, aber es ist halt Gewaltpunkt. Und das, wenn einem das zuwider ist, dann ist John Wick definitiv nichts. Das stimmt, ja. Das wollte ich, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja. Und wie gesagt, wir haben, wir haben unseren Spaß daran, weil es für mich, ich habe jetzt keine Freude an Gewalt, aber ich habe eine Freude daran, dieses, also handwerklich ist es einfach fantastisch gemacht. Das ist einfach wie so ein Ballett aus Gewalt, ja, den man dazu guckt und das ist so faszinierend auf eine gewisse Art und Weise und sie haben halt jetzt im dritten Teil auch wieder faszinierende und kreative Wege gefunden. Und ja, wir können ja im Spoiler-Teil nochmal auf die eine oder andere Sequenz eingehen, die man jetzt nicht im Trailer sieht, aber auch hier, ich sage mal, Fans der ersten zwei Teile werden da nicht enttäuscht. Nee, überhaupt nicht, gar nicht, also wüsste ich jetzt nicht, also ich glaube, das Publikum hat sich gut amüsiert, also die waren alle ganz happy, glaube ich. Ich meine, die Story tut niemandem weh, das ist, glaube ich, das Positivste, was man darüber sagen kann. Ja, es geht halt wirklich nahtlos weiter, also wir haben ja wirklich noch überlegt, ob wir die ersten beiden Teile vor dem dritten Teil nochmal anschauen sollen, wir haben es jetzt zeitlich nicht geschafft. Ich finde, das macht jetzt auch, wir haben jetzt nicht gedacht so, wie waren das jetzt nochmal, weil es geht halt einfach weiter, im ersten Teil gibt es halt Ärger, im zweiten Teil gibt es dann auch Ärger. Im ersten Teil wird sein Hund getötet und sein Auto entführt. Ja, genau, also du gehst jetzt darauf ein, okay, ich wohne jetzt, ich dachte jetzt, ich mach das anders. Da kriegt er eine Blutmünze von jemandem, muss quasi da wieder zurück aus dem Ruhestand, weil er jemandem was schuldig ist. Genau. Und im dritten geht es halt einfach weiter, weil er im zweiten halt eine Regel gebrochen hat, wie der Inhalt schon sagt. Durch diese Blutmünze hat er ja jemanden umgebracht, der innerhalb dieser Kammer ist und ich glaube… Im Continental hat er es gemacht. Achso, im Continental, genau. In diesem Hotel. Im Hotel und das darfst du halt nicht. Genau, und dann wird er halt gejagt. Genau, ab dem Moment. Und ich habe mal gelesen oder irgendwo, glaube ich, im Film kriegt man es auch mit, dass im Prinzip seit den Ereignissen des ersten Films, der ja 2014 war, im Film zwei Wochen vergangen sind. Ah, okay. Und wie gesagt, seit dem letzten Film, seit Kapitel zwei, eigentlich gar keine Zeit, weil es geht nahtlos weiter. Okay. Auch nicht schlecht. Aber wenn du das am Stück guckst, glaube ich, fühlst du, wie du dümmer wirst. Ja, das würde ich nicht. Ich wurde ja auch schon gefragt, ob wir uns jetzt alle drei am Stück anschauen und haben gesagt, nee, das haben wir uns jetzt echt nicht getraut. Ja, wir haben beim zweiten schon gemerkt, dass wir da so ein bisschen übersättigt waren. Ja, also, weil du bist dann halt wirklich so, also ich fühle mich nach so einem Film erstmal so ein bisschen leer. Ja, genau. Du fühlst dich, wie man sich halt früher, als wir da noch hingegangen sind, nach einem McDonalds-Besuch gefühlt hast. Satt, aber irgendwie schlecht, weil du halt, keine Ahnung. Du weißt genau, du hast gerade nichts Gutes für dich getan. Dreck konsumiert. Nee, so schlecht ist es nicht. Aber ja, du bist leer, man fühlt sich ein bisschen leer. Das ist genau der richtige Ausdruck. Ja, wir sind jetzt auch, also was ich bei Filmen wie John Wick, ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, Mitte 20, wo wir, wo wir solche Filme, ich soll jetzt mal natürlich mit anderen Augen sehen, als jetzt Leute, die halt etwas jünger sind, die halt jetzt, ja, ja gut, der ist ab 18, offiziell darfst du erst ab 18 rein, zum Glück, muss ich, zum Glück, ja. Aber wir sind jetzt keine Leute, die, also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie so 14, 15, 16-Jährige den auf eine ganz andere Art und Weise abfeiern würden. Ja, natürlich. Was auch der Grund ist und da bin ich der FSK auch sehr dankbar, dass der halt, oder der Bundesprüfstelle, muss man sagen, dass der ab 18 ist. Weil, ja, diese, ich will nicht sagen, dass er Gewalt, ja, Gewaltverherrlichung, aber es ist halt einfach Gewalt. Die schön dargestellt ist. Ja, also doch Gewaltverherrlichung und insofern musst du da halt. Wenn man, wenn man es runterbricht, ist es eigentlich genau das. Ja. Deswegen. Muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin gut, dass, ich bin gut, dass er ab 18 ist. Ja. Apropos leer. Sind wir schon durch? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, was, was mir da, da noch zu sagen bleibt. Es gibt, ich finde, dass er kaum Längen hat. Und das haben wir vorhin schon gesagt, als wir meinten, dass die 131 Minuten eigentlich relativ flugs vorbeigehen. Er hat ein paar ruhigere Passagen drin, die aber zum Glück nicht zu lang sind. Das heißt, das kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen Action. Das Einzige, was ich dem Film auch so ein bisschen, also was mir immer ein bisschen komisch vorkommt, ich finde, oder hast du so empfunden, dass der irgendwie so einen Spannungsbogen hat? Also, dass der auf einen Höhepunkt hinarbeitet? Nee. Also ich, die haben schon. Ich glaube, er wollte, aber sie haben es nicht geschafft. Es fühlt sich nicht so an, gell? Nee, es fühlt sich nicht so an, weil deswegen habe ich die letzte halbe Stunde auch so ein bisschen als quälend empfunden. Also mir hat es dann. Der letzte Kampf? Ja, ja, mir hat, das hat mir dann ein bisschen gereicht schon wieder. Also, da habe ich am Anfang, also drei Viertel des Films hatte ich mehr Spaß, wie jetzt die, ja, so der letzte Teil. Ja, das ist das, weil eigentlich alle Kämpfe so fulminant sind, dass der Letzte sich halt einfach anfühlt wie wieder einer und nicht wie jetzt irgendwie besonders. Und ich meine, sie lassen sich halt immer was Einfaches. Sie haben gesagt, optisch ist das Ding ein absolutes Fest. Von der Choreografie her ist es ein absolutes Fest. Ja. Auch vom Setting her, also es ist echt, sie lassen sich schon was Einfaches hin. Auch dieses Hotel, also dieses Hotel, das ist schon geil. Also, du hast ja da auch so ein bisschen, also, ja, so meine Blicke habe ich so während der Kampfsequenz immer so ein bisschen schweifeln lassen, weil, oder auch prinzipiell, wenn sie in dem Hotel drin sind, das ist halt einfach ein tolles, altes Gebäude in New York und das ist echt der Wahnsinn. Was ich mich vorhin aber noch kurz gefragt habe, also, wegen, wenn das, ähm, nein, das sage ich im Spa-Lotel. Okay. Ja, bist du kurz zu überlegen? Ja, ne, also, du, man macht da nicht viel falsch. Also, wenn man die ersten zwei Teile machte, dann wird man jetzt auch den, ach, was ich noch sagen wollte, fällt mir jetzt gerade ein, die, die, Keanu Reeves, ähm, seinem Alter, Respekt, ja, in dem Alter noch, noch hier so rumzutunen. Aber, ähm, es gibt da so eine Szene, wo er quasi seinen Oberkörper freilegt und ich dachte mir halt, als, als gestellter Auftragskiller, der vor allen Dingen hier sich so durch die Filme kämpft, wie, wie er das tut, hatte ich mir ihn schon ein bisschen drahtiger vorgestellt, als er letztendlich ist. Ähm, ähm, ich hab so scherzhaft gesagt, ihm ist halt einfach wurscht. Ja. Ja. Der, wie, Training für einen Film, nee. Nee, 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 das ist, also, der sieht null, der ist null trainiert, null. Das ist auch so komisch, weil, also, wir haben... Ich hab nur gemampft, da hat sie nur Masse angefressen, weil normalerweise, Keanu Reeves ist ja eigentlich schon so ein schlanker Drahtiger. Ja. Und für den, und, dass er halt einfach ein bisschen wuchtiger daherkommt, hat der, glaube ich, sich, ich glaube, so ein bisschen Training gemacht, aber nicht so, dass du siehst. Ja, aber jetzt nicht, nicht, sehnig und durch trainiert. Nein, also so, dass er einen Ausdauer hat, aber nicht, dass er auf Kraft, glaube ich nicht. Und was ich auch immer sage, also man muss auch damit klarkommen, er hat halt einen sehr bulligen, fast schon plumpen, manchmal so ein bisschen unbeholfen anmutenden Kampfstil und der hat echt nichts Elegantes, gar nichts Elegantes. Aber das fand ich schon so faszinierend im ersten Teil. Also das macht, finde ich halt, weil es gibt ja gerade diese Martial-Arts-Filme, da ist ja dann immer viel Anmut, egal ob Mann oder Frau, wenn dann gekämpft wird, wird auch immer geschaut, es ist wie so ein Ballett und da ist es halt einfach so wie so ein Straßenkampf. Also es sieht immer aus wie quasi, wir haben uns jetzt quasi aus einer Spelunke rausgezogen, weil wir um irgendeine Dirne kämpfen und dementsprechend sieht es halt auch immer aus. Es sieht halt einfach grob aus und er kriegt auch immer regelmäßig auf die Fresse, er blutet auch immer ganz hübsch, also der ist, das ist kein Super, also er ist schon ein Superman, er überlebt schon Sachen, wo du sagst, aber gut, da wollen wir jetzt mal nicht mit dem Finger drauf zeigen. Nein, nicht, aber ich meine, das spielt ja auch in den anderen beiden Filmen schon eine Rolle, weil sein Anzug tut ja auch einiges dazu. Ja, und das krasse Gegenteil war ja dieser Trailer zu Anna, also diesem neuen Luc Besson, glaube ich, wo es ja auch so eine russische Auftragskillerin zu gehen scheint und das ist halt Eleganz. Nikita lässt grüße. Ja, das ist halt Eleganz, also im Kampfstil, die paar Szenen, die man gesehen hat, das ist halt ein Fluss an Bewegungen und sowas mag ich persönlich lieber, aber John Wick ist da halt, ja, der ist einfach grob von seiner Motore, also das wirkt immer so, als würde er mehr so durch den Kampf stolpern. Und was ja auch irgendwie, und auch wie er läuft, irgendwie so, ja, aber es hat, es hat was, stimmt schon, es ist anders. Jetzt fällt mir wieder ein, eigentlich habe ich gedacht, so vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Namen dafür, so wie Drunken Monkey oder Drunken Soldier oder Drunken Keanu. Ja, genau, gibt es vielleicht einen Namen für den Kampfstil, weil das ist, ja schon, also, ich meine, okay, der eine ist ja Stuntman, also der hat sich das vielleicht so ein Stück weit auch ausgedacht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, kommen wir zum Fazit, oder? Genau. Zu einem Fazit vom Spoiler-Teil. Ja. Ja, guckt den euch an. Ja, guckt den euch an. Teil 1 und 2 Spaß gemacht hat, dann guckt den euch an. Ja. Falls ihr dann noch Teil 3 immer noch Lust auf John Wick habt, keine Sorge, Teil 4 ist bereits angekündigt. Ja. Ist dann John Wick 4. Ist auch kein Spoiler. Medi-Night. Das ist echt so krass. John Wick war berup. Ja. Oh Mann. Ja. Okay, dann hau mal an. Dann machen wir unseren Spoiler-Alarm und dann unterhalten wir uns noch über ein paar herausragende Szenen, bevor wir uns dem gemütlichen Teil des Sonntags widmen. Ja. 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 Ich habe mir im Vorfeld nochmal was aufgeschrieben und zwar, falls sich jemand gewundert hat, was den Parabellum heißt. Und zwar, es wird tatsächlich auch in dem Film relativ, ja kurz vor dem großen Endkampf wird es dann halt nochmal auch zitiert. Und zwar ist das ein lateinisches Sprichwort und es heißt wie folgt, wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. Und außerdem ist es die Bezeichnung einer Waffe und eine Munitionsart. Genau. Darauf bin ich jetzt aber nicht eingegangen, weil ich glaube, also im Film kommt ja das Zitat dann auch. Ich glaube, dass man sich bei dem Titel mehr gedacht hat als bei der Story. Ja, das fand ich dann auch irgendwie, deswegen habe ich das auch ausgeschrieben, weil das ist mein Parabellum, das ist dann so, okay, ja, ich habe das jetzt im Vorfeld aber auch nicht gegoogelt. Klingt irgendwie wie eine Käsesorte. Naja gut. Findest du? Nein, finde ich jetzt nicht. Hast du jetzt an Babybällchen gedacht? Ja, irgendwie. Achso. Babybäll. Meine Lieblingsszene. War die mit den Hunden natürlich, oder? Ja, aber die mit den Hunden, das war schon sehr cool, weil Halle Berry hat zwei Schäferhunde trainiert, die dann auch so Kampffesten haben und die gehen halt abwiss Zäpfle. Also die kriegen eine Anweisung von ihr und dann kämpfen und springen und beißen die sich da durch das Feindesland, durch die Gegend, durch die Fleischmassen kann man ja schon sagen, weil das ist etwas später im Film, da kommt John Wick nach Casablanca, um da wiederum zu schauen, weil er will ja eigentlich nicht die ganze Zeit auf der Flucht sein, er will halt dann auch Buße tun, er will wieder in die Reihen eingegliedert werden, dass er dann seine Ruhe dann auch hat. Von mir aus bringt er auch wieder Leute um, weil sein Grundgedanke ist, wenn er noch lebt, kann er das Andenken an seine tote Frau aufrechterhalten. Was, naja, jeder andere würde dann sagen, okay, dann möchte ich eigentlich lieber sterben, so kennt man es eigentlich aus dem Film, lasst mich sterben, dann bin ich bei meinen Geliebten oder ich bin, so wie jetzt hier bei Vikings, wenn ich im Tode falle, dann kann ich endlich nach Valhalla sein. Also, ja, also es ist ein bisschen anderer Grundgedanke, so quasi, ich bin noch am Leben, dann denke ich an meine Liebenden und an meinen Hund und an mein Auto. Wobei es eh wurscht ist. Ja, das ist also so ein bisschen die, da wird nochmal die Romantik. Die Triebfeder. Im Endeffekt will er einfach am Leben bleiben. Ja, genau. Wie jeder von uns eigentlich, ja. Ja, und da muss er dann halt, da muss er nach Casablanca, da gibt es dann auch wieder irgendjemanden, mit dem er reden muss und Halle Berry. Der er wohl mal wieder geholfen hat. Genau. Der hat, glaube ich, Gott und der Welt geholfen. Ja, genau, da ist, alle haben Schuld bei ihm und deswegen spielt sie so eine super stinkige. Aber sie ist, ich finde sie ein bisschen verschenkt insofern, weil ich mir dann dachte, sie hätte einen etwas einzigartigeren Kampfstil, hat sie aber nicht. Die kämpft fast genauso wie der John Wick. Ja, deswegen glaube ich, dass das auch so ein bisschen, vielleicht gibt es ja so eine Assassinschule, weil letztendlich ist er ja nichts anderes als ein Assassine und die haben das da alle gelernt. Weil das Einzige, was sie halt vorhebt, sind ihre Hunde. Ja, genau. Und sonst kämpft sie fast genau. Aber Respekt, also wow. Gut gemacht. Gut gemacht. Also wirklich, also die, da merkst du auch normalerweise ist immer so bei, wenn Männer und Frauen miteinander kämpfen, dass du halt da immer das Ungleichgewicht von der Kraft halt einfach siehst und das ist da überhaupt nicht aufgefallen. Also die waren immer ebenbürtig. Also sie hatte im Prinzip genauso viel Kraft immer wie die Männer und das hast du beim Kämpfen auch gesehen. Also wo ich jetzt dann, das jetzt nicht glaube, dass Halle Berry jetzt stärker wie alle Typen da jetzt waren, aber ich glaube, die haben das so dargestellt, dass dieser Unterschied halt einfach nicht. Weil so wurde ja diese Schwäche, wurde ja bei manchen Kampfstilen immer so ausgearbeitet, dass es ja dann gleichzeitig auch die Stärke ist, was du wiederum beim Gegner halt, dass du den dann anders packst und überhaupt. Das merkst du bei Black Widow zum Beispiel. Ja genau, weil die ist, da, die kämpft halt ganz, die stimmt dann. Technik. Die springt dann irgendwo drauf oder hebelt, so viele Hebelbewegungen oder wie ein Hebel, wisst ihr auch, was ich meine? Genau. Ja. Und da, das fand ich dann schon immer faszinierend, dass sie dann, und die Hunde halt wie gesagt immer schön auf die männlichen Genitalien. Das war schon ein Fest. Ja, ist geil gemacht. Vor allem ist es halt auch eine der längeren Sequenzen im Film, wo sie auch immer die Übersicht, also wo man auch als Zuschauer immer die Übersicht behält. Und das ist echt hoch anzurechnen. Also wir kennen das mittlerweile und bejammern das ja regelmäßig, wenn hier Actionregisseure halt einfach sich in Wackelkamera-Orgien ergehen oder im Staccato-Schnitt, wo du halt überhaupt nichts mehr mitkriegst. Das war ja auch bei dem einen oder anderen Marvel-Film, also da muss ich jetzt gerade wieder so ein bisschen an Civil War denken, gerade der Anfang. Da war ja auch viel, also da hast du schnell einen Überblick verloren, wer jetzt hier und wo und überhaupt. Und deswegen, und das ist halt da gar nicht, vor allem halt, du kannst denen, also ob du mitlaufen könntest als Zuschauer, weil die halt wirklich sich von dem einen Ort also rüberkämpfen in den nächsten und dann dahin und dann dahin. Und die Kamera, die geht die ganze Zeit fast schon ruhig, fährt die daneben dran und die kämpfen sich da durch und also es ist schon. Ja, es ist fast schon so eine Art Oldschool-Action-Regie, wie man sie halt von früher kennt, aber halt mit moderner Choreografie. Ja. Ja. Wackelkamera nicht klar. Das habe ich damals festgestellt bei Blair Witch, die Älteren von euch, also die auch Mitte 20 sind, die kennen das noch. Da wurde mir zum ersten Mal so richtig speiübel im Kino. Und leider hat sich dieser Wackelkamera-Trend, ja, fortgesetzt und hält immer wieder Einzug in moderne Filme. Und sowas wie Crank zum Beispiel kann ich, abgesehen vom Inhalt, nicht gucken. Geht nicht, überhaupt nicht. Und wir haben halt End of Watch geguckt, das ist der von David Isle, der ja ein Ding gemacht hat, verbrochen hat, Suicide Squad. Der war richtig gut mit Jack Gyllenhaal und Michael Peña, den fanden wir richtig gut, aber mir wurde halt wieder übel. Und zum Glück hielt sich da gerade noch so die Balance, dass ich halt nicht kotzen musste auf gut Deutsch, aber es war anstrengend. Und das hat John Wick definitiv nicht. Nein, das ist sehr angenehm. Sehr angenehm, sehr ruhig, aber halt wirklich eine herausragend choreografierte Action. Also meine zweite Lieblingsszene, wo es dann auch sehr lustig wurde gegen Ende, das war, als er relativ am Anfang auf der Flucht war. Und da sind natürlich dann etliche Halunken hinter ihm her. Und dann kommt er doch, war das ein Museum oder was war das? Oder war das ein... Das war gleich am Anfang. Ja, ja, es war ja auch, habe ich doch gesagt, am Anfang, oder? Ist ja egal. Egal. Auf jeden Fall ist er in einem, naja... Waffenmuseum. Ja, ich glaube, es ist ein Waffenmuseum. Und da bedienen sich alle... Der Auslage. Aus der Auslage. Und quasi, wenn irgendwas ausgeht, dann wird halt zack, irgendwie eine Scheibe zerschlagen, Messer genommen, dann wieder zack, Scheibe zerschlagen, Messer genommen. Und das geht halt die ganze Zeit. Und das ist, das wird so auf die Spitze getrieben, dass es dann irgendwann richtig lustig wird. Also mir hat es gefallen. Es gibt da zwei Szenen, die ich herausheben möchte. Das erste war tatsächlich auch die in diesem Waffenmuseum, die fand ich grandios, weil sie da auch... Das war auch originell. Ja, es waren fast alle Szenen originell, aber das war so, auch so eine Prise Humor dabei war, die mir gefallen hat, wo wir auch lachen mussten, weil es zum Teil auch wirklich grotesk war, wie da mit Messern rumgeworfen wurde und daneben. Und dann, ja, es war cool. Meine zweite Lieblingsszene war die mit dem Pferd. Also eher so angefangen in dem Stall, wo er das Pferd als Waffe benutzt, das halt dann austritt und den Gegner wegkickt. Das war schon krass. Das war schon krass, ja. Und dann halt auch zu Pferde quasi von Motorrädern verfolgt wird und die aber trotzdem ausschaltet. Das war cool. Das war eine Szene, die man auf alle Fälle im Gedächtnis behält. Ja, ja. Und das macht für mich dann letztendlich so eine Art Film aus, wo ich sage, ja, ich will jetzt nicht... Der nimmt mich emotional nicht mit. Der muss mich optisch abholen. Ja, ja, das macht er ja auch. Das macht er. Mehr will ich da auch nicht sehen als halt. Nee, vor allem... Ich meine, also was ja dann wirklich am letzten Teil des Films, wenn es dann wieder im Continental spielt, und zwar hat der Winston, er ist ja der Chefmanager des Hotels oder der Besitzer oder whatever, dann hat er ja so ein komisches Spiegelkabinett als Büro oder... Was auch immer. Was auch immer. Und da sind dann, also da ist komplett alles aus Glas und da sind dann auch verschiedene Vitrinen, in dem Samurai-Rüstungen und Artefakte und alles Mögliche drin ist. Und ja, und der Endkampf, also weil zuerst wird ja gegen die ganzen Soldaten, wo sie das schicken, von der Kammer wird dann erstmal gekämpft und ja, und dann kommt halt der Endkampf mit Zero. Magda Kaskus. Und... Ja, genau. Und achso, und davor kommen ja nochmal zwei, die dann... Scherken von ihm, ja. Ja, genau, die dann den John Wick in jede Glasvitrine reinschmeißen, die sie nur finden. Und das fand ich schon krass. Also da habe ich dann echt gedacht, so, jetzt ist mal gut. Also jetzt lass doch den Jungen mal in Ruhe. Weil der halt wirklich... Ich weiß nicht, wie viele Vitrinen waren das denn? Ja, vor allem, wenn in unser Eins in so eine Glasvitrine geworfen wird, dann ist halt Ende. Dann ist halt Ende und der steht halt wieder auf, boom, nächste Vitrine, steht 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 wieder auf, nochmal eine Vitrine, dann steht er wieder auf, dann kommt nochmal eine Vitrine. und es geht gefühlt irgendwie fünf Minuten, wo er nur in Vitrinen fliegt und du denkst so, jetzt bleib doch einfach mal liegen. Oder schieß ihn ins Knie oder mach irgendwas, aber fliegt doch nicht schon wieder in die Vitrine. Naja, auf jeden Fall. Gibt es dann halt den riesen Endkampf und da hast du dann noch irgendwie gemeint, du hast das irgendwie mit den zwei Chinesen, dass du das gesehen hast, wie sie so... Ja, es ist so, was die Choreografie betrifft, ich habe es ja jetzt gelobt oder war mir so ein Moment dabei, wo ich den Eindruck hatte, dass Keanu Reeves quasi auf eine Bewegung wartet. Das war so ein Bruchteil einer Sekunde, wo du merkst, okay, der hat jetzt schon seine Hand da, wo der Schlag kommt oder sein Bein oder irgendeine Bewegung war da, wo ich dachte, alles klar. Das war aber nur so ein Hauch. Ansonsten ist gut, er hat sowieso unmenschliche Kräfte, als er da am Ende vom Dach geworfen wird. Das hätte ja kein Mensch überlebt. Nee, nee, nee. Also das ist, also der steckt ein. Ja, das, also das fand, also das hat mich dann gestört am Ende. Nicht so sehr ist er auf dieses komische Dach gefallen und dachte mir, okay, das kann man noch überleben und dann fällt er da irgendwie auf diese Feuertreppe. Er wird doch geschubst. Ja, er fällt ja auf diese Feuertreppe. Ja. Und das war auch so, jetzt wird es tot. Ja, also das hält, das überlebt keiner. Also das ist wirklich... Ja, ja, genau. Also so richtig, ah, das ist ganz übel. Naja, aber er überlebt und es gibt einen vierten Teil. Genau, weil dem Winston, weiß ich jetzt auch nicht, hat der Winston ihn jetzt da schon verraten, auch am Ende schon wieder, ja genau, dass er dann wieder gut dasteht und John Wick ist halt einfach so der Depp vom Dienst. Jeder braucht den so, wie er ihn gerade braucht und wenn nicht, dann wird er halt vom Dach geschmissen. So wie in dem Falle halt jetzt. Ja, und dann ist jetzt quasi die Eröffnung für Teil vier. Mal schauen, ob es ihn... Jetzt müssen sie ihm ja ein bisschen Zeit geben zu heilen. Nee, ich glaube nicht. Also der steht auf, macht weiter jetzt. Ja, wahrscheinlich. Und was ich halt süß finde, ist, dass er halt da einen neuen Hund hat und auf den er immer aufpasst. Ja, diesen, ja. Diese Bulldogge, diese freundliche. Das sieht echt immer aus, als ob er so vor sich hingrinsen würde. Genau, und der kommt dann, hüpft ihm dann nach und dann ist der Film zu Ende. Ja, wie gesagt, 131 Minuten fanden wir jetzt nicht zu lang, aber das Länge hätte es jetzt auch nicht gehen brauchen. Nee, aber wie gesagt, also dadurch, dass halt, ja, er hat halt einfach keine Höhepunkte. Also der, er läuft, er ist halt von A nach B und von B nach C und von C nach D und so weiter. Dann wieder zurück nach A. Und dann wieder zurück nach A und dazwischen, es gibt halt einfach keinen... Ich finde es nicht spannend. Ja, es ist... Es ist schön anzugucken, aber es ist nicht spannend. Leider nicht, weil du halt... Letztendlich weißt du ja wieder, wie es ausgeht. Also das... Die Serie lebt halt jetzt nicht von Überraschungen. Nein, überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht Game of Thrones oder so, wo du halt um deinen Charakter halt zittern musst, weil... Nee. Die halt... Vor allem, wenn du vorher schon gelesen hast, dass es John Wick 4 gibt. Ja, es ist halt auch wieder Banane. Naja. Joach. Naja, hoffen wir mal, dass der Cian Reeves noch ein bisschen fit bleibt. Also Teil 4 muss dann aber der letzte sein, weil länger macht er das nicht mehr mit. Also du... Weil man hat jetzt schon... Guck dir mal, guck dir mal Liam Neeson an. Ich weiß aber, dann muss der... Sein jährlichen... Ja, stimmt. Actioner. Ja, aber diesmal hat man Cian Reeves schon so ein bisschen das Alter angemerkt, finde ich. Also dieses... Also vielleicht haben sie ja auch in die Zukunft gedacht und dieser dumpfe, stumpfe Kampfstil ihm dann gleich auf die... Versichern John Wick 5 kämpft er dann mit Rollator. Achso, na gut. Aber ich weiß nicht, also man hat halt einfach gemerkt, also dass er halt überhaupt nicht fit ist. Also dann hätte er vielleicht weniger Essen, mehr Sport machen müssen. Man weiß es nicht. Naja, unser Einser wahrscheinlich nach zwei Minuten schon tot umfallen, aber gut. Ja, wegen dem Kampf, aber nicht wegen der Fitness. Oder? Ja, schon noch wegen der Fitness. Meinst du? Meinst du, wir sind so... Okay. Dann sind wir halt auch so. Wir sind kein John Wick. Nein. Ich habe nichts gesagt. Nun denn. Nun denn. Wie sieht es denn aus mit einem Ausblick? Achso, ja, Ausblick. Ich denke mal, das ist Dark Phoenix, oder? Der kommt Anfang Juni. Stimmt, Dark Phoenix. Da stelle ich fest, dass ich mich auf Dark Phoenix weniger freue, als ich mich eigentlich freuen müsste. Genau. Das ist irgendwie komisch, weil ich ja schon ein großer X-Men-Fan bin, auch Bryan Singer sehr mag, der jetzt, glaube ich, wieder Regie führt, oder? Okay, ja. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Lügen verbreite. Lügen, Presse. Und ich mag Phoenix, Jean Grey und Dark Phoenix als Figur unglaublich gerne. aber trotzdem macht mich der Trailer nicht so an. Ja, das ist furchtbar, der ist auch überhaupt nicht gut. Und ich weiß halt nicht, warum. Und jetzt gucke ich gerade. Nein, Simon Kinberg führt Regie. Siehst du, hätte ich schon wieder Käse erzählt. Und Simon Kinberg kennt man, jetzt muss ich mal seine Filmografie aufrufen, nicht als Producer, sondern als Director hatte er aber noch nicht so viel Erfahrung. Du meine Güte. Der hat ja erst in der 2019er Neuauflage von Twilight Zone hat er eine Episode gemacht und dann Dark Phoenix. Hm. Oh Mann, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wollen die den Leuten kein Geld mehr geben oder kostet das Budget an Werbung schon so viel oder was ist denn da los manchmal? Der hat schon einiges produziert, ja, aber als Produzent, Produzent ist halt kein Regisseur. Ja. X-Men Apocalypse war er Producer. Ja. Logan. Na gut, wir lassen uns überraschen. Ich fürchte, ja, ich weiß nicht, also das ist so ein Wackelkandidat, weil wenn, das ist jetzt so ein typischer Film, wo ich sage, trotz aller Liebe zu diesem X-Men Universum, wenn der jetzt irgendwie voll abkackt und irgendwie eine miese Bewertung kriegt, dann überlege ich mir echt, ob wir den im Kino gucken sollen. Da bin ich schmerzfrei. Was mit Godzilla? Auch hier, das ist so ein typischer Metascore-Abworten-Film. Das ist halt so ein Film, den muss man halt storymäßig natürlich nicht im Kino gesehen haben, aber von den Bildern her. Das ist so ein typischer, laut und bunt. Ja, das ist ein typischer Kinofilm. Das ist halt einfach so. Ich meine, da ist der Trailer zum Beispiel besser und ich meine, okay, da weißt du ja auch, was dich erwartet. Godzilla kämpft gegen die Monster, also. Es wird irgendwie nicht anspruchsvoller. Ja, wir gehen halt vorzugsweise gerne in laute und bunte Filme, das ist ja auch okay, weil dafür ist das Kino und die große Leinwand gemacht und alles andere gucken wir gerne zu Hause, weil da haben wir unsere Ruhe. Da stirbt auch Popcorn nicht so. Genau. Und wir sind ja jetzt schon Mitte 20, da darf man auch mal zu Hause bleiben. Wir haben fünf Jahre abgefeiert, das reicht jetzt. Ja gut, haben wir denn noch eine Serien- oder Filmempfehlung? Also, was ich auf jeden Fall gerne empfehlen würde, den haben wir ja vor ein, zwei Wochen gesehen, das ist ein deutscher Film und zwar 25 kmh. Ah ja, stimmt, 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 und ich finde, wenn es uns mal wieder einen guten deutschen Film gibt und der uns dann auch gefallen hat, dann Sollte man das auch kundtun, weil sonst glauben die Leute noch, wir hassen deutsche Filme kategorisch. machen wir nicht per se, aber der ist jetzt mal wieder auf jeden Fall. Der war sehr amüsant, der ist mit Bjarne Madl und mit Lars Eidinger, genau. Halt so ein Brüderpaar, so ein Roadmovie mit Mofas. Ja, mit Mofas und ja, es ist halt einfach, ja, tolle Story, tolle Musik, tolle Darsteller. Schöner Film. Schöner Film, ja, hat wirklich Spaß gemacht und auch der Wotan ist wieder dabei. Ja, auch mal in die Rolle. Oh man, es gibt, glaube ich, das muss man mal schaffen, das ist, glaube ich, eher mal nicht zu schaffen, einen Film ohne Wotan zu sehen, als einen Film ohne Till Schweiger, das ist, glaube ich, einfacher. Schöner Film, wirklich. Und ich habe noch eine Empfehlung, also falls ihr euch jetzt kürzlich ein Sky-Ticket-Abo geklickt habt, um die letzte Staffel Game of Thrones zu gucken, bleibt doch gleich mal dabei und fangt bitte an Tschernobyl zu gucken. Oh ja, oh ja. Tschernobyl ist eine HBO-Miniserie, die fünf Episoden haben wird, zwei davon kann man zum heutigen Tage bereits gucken, am Dienstag kommt die nächste. Das ist Pflichtprogramm. Und zwar sowohl inszenatorisch, also es ist grandios gefilmt und es ist geschichtlich einfach ein Kapitel, das mir, also der zum Zeitpunkt der Katastrophe in Tschernobyl gerade mal zehn Jahre alt war, so, oder das Ausmaß dieser Katastrophe war mir so nicht klar. Und das ist eine Geschichtsstunde, die man sich da angucken kann, ein erschreckendes, beeindruckendes Mahnmal. Die Geister, die wir da riefen mit der Atomenergie, die wirst du so schnell nicht los. Und das ist echt, das ist harter Tobak. Ja, also da hast du wirklich, da wird es einem schon anders beim Schauen, aber es ist, ja, es ist gut und wichtig, dass es so was gibt, also solche Serien oder Filme. Ja, das ist einfach Geschichtsaufbereitung und die man sehen sollte und man, ja, auch in der heutigen Zeit so was darf man nicht vergessen. Und ich bin, das ist wieder so eine typische Serie, wo ich währenddessen oder danach auch gleich mal wieder auf Wikipedia gehe, um so den geschichtlichen Hintergrund so ein bisschen abzuklappern. Das schafft jetzt auch nicht jede. Also das spricht auch für die Serie. Natürlich werden sie sich, gehe ich schwer davon aus, die eine oder andere dramaturgische Freiheit nehmen. Das tut aber der Serie kein Abbruch. Ich glaube, sie hält sich schon sehr gut an die Fakten. Und es spielt eine grandiose Schauspielerriege mit. Stellan Skarsgård spielt mit, der dieser, ach, ich vergesse den Namen immer wieder, der hat dabei, ich weiß, Expanse schon mitgespielt, der hat den King George gespielt bei, Ah ja, ich weiß nicht. Ja, der großartige britische Schauspieler. Und, ja, wie gesagt, Tschernobyl ist, Ist es die Emily Dickinson? Nee. Die spielt auch mit, die spielt auch mit, genau. Also das sind so die Hauptdarsteller, die man auch kennt, alle anderen. Jared Harris heißt der. Alle anderen kennt man jetzt nicht. Jared Harris heißt der, der Darsteller. Ja. Genau. Aber tut dem jetzt keinen Abbruch. Also das ist super. Das ist eine großartige Serie. Ja. Also wir haben nur zwei Episoden gesehen und wissen jetzt schon, dass das zu einem unserer Highlights gehören wird, in diesem Jahr. Ja. Und es sind fünf Episoden. Wie gesagt, wenn ihr gerade bei Sky Ticket noch hängt, weil euer Abo noch läuft bezüglich Ergängung für uns, dann nehmt das mit. Ja, auf jeden Fall. Nehmt das mit. Ja, HBO enttäuscht nicht. Außerdem hat HBO schon Serien angekündigt, die ein Sky Ticket Abo ohnehin rechtfertigen. Wahrscheinlich Watchmen. Watchmen. Die Darkest Materials. Also der goldene Kompass. Da kommen noch ein paar große Serien auf uns zu, die natürlich jetzt versuchen, die irgendwas zu produzieren, was in die Fußstapfen von Game of Thrones tritt, weil das ja bekanntermaßen jetzt zu einem Ende gekommen ist. Wollen wir uns dazu äußern? Nein, darüber äußern wir uns jetzt nicht. Da können wir uns nochmal in einem Serienpodcast drüber äußern. Im nächsten Serieneintropf. Okay, na gut. Ja. Dann müsst ihr dann wieder da einschalten. Tja, so sieht's aus. Genau. Nun denn, dann, ja, kommt das, was immer kommt. Wenn ihr uns Rückmeldungen geben möchtet oder uns unterstützen möchtet, worüber uns wir natürlich sehr, sehr freuen. Jedes Mal über jeden einzelnen Kommentar. Der kann uns von seinen Freunden erzählen. Nee. Der kann uns von seinen Freunden erzählen. Genau. Erzählt uns von euren Freunden. Ich brauche einen anderen Platz zum Ablesen. Der kann uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Folge kommentieren. Unsere Nachricht schreibt, uns auf iTunes oder Pornoktikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Geht's noch? Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. und natürlich auf cut.de einkaufen.de Und vergesst nicht, uns von euren Freunden zu erzählen. Oh shit. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.